Was die Feature-Liste angeht, ist neben üblichen Verdächtigen eine Name, der und den Phantastischen 4, darüber haben wir schon gesprochen, ein Name mir ins Auge gestochen, der auch auf dem Mixtape schon drauf war, Briggs. Ein Name, der kurz vor Jahrtausendwende ganz groß gehypt wurde und dann im Prinzip in der Versenkung verschwunden ist. Wo hast du sie wieder ausgegraben? Ich kenne Briggs schon ewig lange und dann habe ich irgendwann aber letztes Jahr mal angefangen, mit ihr so ein bisschen mich mehr zu befassen und die ist eben Rapperin, Sängerin, Songwriterin, Produzentin, DJ, die ist alles. Einfach ein sehr cooler, kreativer Mensch, so um einen rum zu haben und macht echt von Beats bis coolen Hooks und so. Ich mag einfach gerne viele Personen um mich rum haben, die irgendwie am Arbeiten sind und ich kann so reinhören, was sie machen und dann mir aus diesen Teilen eben Sachen nehmen und die irgendwie für mich oder für andere Sachen, an denen ich gerade arbeite, benutzen und da hat sie echt so auf jeden Fall das Feature auf dem Album, einen anderen Hook. Auf dem Album hat sie auch noch geschrieben, Beat auf dem Mixtape und den Hook und auch für andere Produktionen haben wir jetzt so zusammengearbeitet. Eine sehr umtriebige Person, die einfach wirklich, es ist immer faszinierend, wenn Frauen so drauf sind, dass sie dann eben auch bis 6 Uhr morgens irgendwo im Studio am Computer so rumsitzen und mit Kopfhörern irgendwie am Laptop und so ein Beat machen und das sind einfach Sachen, die mich flashen. Glaubst du, dass sie in ihrer Karriere unterschätzt war bisher? Weil ich meine, das ist ja nicht dann so viel, was den Vorschussloggern passiert. Naja, das Ding ist so, dieses englische Rap in Deutschland hat eben immer nur bis zu einem bestimmten Level einfach so funktioniert. Und ich denke auch so, dass eine von diesen Personen und Karrieren, wo gemessen am Potenzial ziemlich wenig, also für die Öffentlichkeit, weil die hat mega viel gemacht. Wenn du mit ihr redest, wirst du so, okay, da war sie irgendwie mit Black Eyed Peas im Studio und weißt du was, die hat echt mega viel weltweit, international mit Leuten gemacht und hat super viele Connections, auch in Amerika immer noch und ist echt eine sehr, sehr, sehr coole Person. Da sind wir wieder an dem Punkt der Definition, was ist denn die Qualität der Arbeit? Ja, ich meine, die lebt von dem Ding länger als viele andere, weißt du. Ich meine, oftmals muss man sich wirklich irgendwie irgendwas anhören von irgendwelchen neuen Artists, die rauskommen und über alte, ältere Artists oder Artists, die länger dabei sind, urteilen. Ich habe schon so oft von irgendwelchen Rappern gehört, dass meine Karriere vorbei ist und dann kam deren Album nie raus, weißt du. Und wenn es rauskam, hat es nichts gemacht und die haben keine Karriere und sind nirgendwo in irgendeiner Art von Szene oder Öffentlichkeit und waren aber die, die, weißt du, richtig laut... Bellen gehört zum Handwerk. Ja, so und das ist eben das Ding, so jeder muss seinen Erfolg für sich definieren und seinen Weg für sich gehen und ich glaube, da ist manchmal so die öffentliche Wahrnehmung von diesem, was ist Erfolg und so, leider ein bisschen falsch. Also Briggs ist auf jeden Fall ein sehr glücklicher Mensch, glaube ich, obwohl sie jetzt nicht der größte Rapstar Deutschlands geworden ist. Ich finde das bei deiner Kunstwerkstatt schon auch ganz, das ist ein Luxus pur, Leute und so stelle ich mir das vor, ich bin ja nicht jeden Tag da mit dir unterwegs, aber dass dann einer nach dem anderen quasi eingeladen werden kann, dann kommt man zusammen, dann wird wirklich künstlerisch, musikalisch erarbeitet, man trifft dich nicht nur ganz kurz im Studio, mischt was zusammen, macht das fertig, sondern das wirkt so richtig nach Kreativwerkstatt. Voll, so eine Hippie-Kommune sind wir. Ja, genau, das kann man eine Zeit lang durchhalten, oder? Aber irgendwann wird es doch wahrscheinlich auch mal. Ich wohne da ja nicht, weißt du, also ich wohne da ja nicht jeden Tag, ich bin immer einfach phasenweise da und dann ist sehr viel Kommen und Gehen und Matteo ist ja auch fest da drin und hat eben auch einfach mit vielen Künstlern Kontakt und dadurch haben sich auch super viele Sachen ergeben, so, dass er mit irgendeiner Band irgendwie am Proben ist und dann steht Fetzum da auf einmal rum oder irgendein Sänger und ich sag so, oh, ich hab hier gerade das Ding geschrieben und hast du Lust, mal kurz irgendeine Stimme für einen Hook zu singen und also so ganz viele, ganz viele Sachen, die da spontan passieren, das mag ich eben, weißt du, ich mag einfach dieses an Orten sein, wo ganz viele Leute kreativ arbeiten und du kannst einfach irgendwie so rumgehen und die einfach so, die Lorbeeren überall, weißt du, so rauspflücken und irgendwie daraus irgendwas bauen, so, das ist ein gutes Gefühl. Ihr hattet ja schon mal diese Compilation gemacht, die im Prinzip daraus entstanden ist. Ist doch eigentlich dann so ein Modell, dass du, wenn ich das so verstehe, so im Prinzip alle halbe Jahr wieder einfach die Essenz, die nicht für Premium-Produkte benutzt wird, aber die ein unheimlich gutes Niveau hat, wieder als neues Mixtape oder Volume 2, 3, 4 veröffentlichen könntest. Ja, auf jeden Fall, also ich hab... Und dann kommen da wahrscheinlich auch Namen zusammen, die man sich so gar nicht vorstellen könnte. Ja, da sind auf jeden Fall witzige Kombinationen. Komposition und Kombination. Ja, aber ich bin eh, wie gesagt, ich bin da... Also, wenn ich heute sterbe, dann bin ich Tupac auf jeden Fall, weil ich glaube, die kann mindestens... Also, ich hab das irgendwann Sebastian auch gesagt, ich sag, wenn mir irgendwas passiert... Hau raus! Nicht, dass ich denk, dass es passiert, aber wenn, ey, dann hau auf jeden Fall raus, ne? So, da sind mindestens fünf Alben, weißt du? Mindestens. Vielleicht ist ja auch irgendwas dabei, was dann den Semi-Deluxe-Fan von 1997 erfreut. Imsbush-Stylee Teil 2 oder so. Bei den Songs ist das eine Nummer, die... also, wenn man die Titel durchgeht. Jetzt bin ich hängen geblieben bei Rapper sind gefickt, auf der Bonus-Version ist das, glaube ich. Ist das der Rundum-Schlag für alle da draußen? Gar nicht so schlimm. Das ist einfach nur so ein... das ist eigentlich so wie dieses Rap-Genie vom Schwarz-Weiß-Album, so Teil 2. Ist einfach nur so ein sehr witziges Ding. Hab ich auch schon ein paar Mal live gespielt und auf der Platte ist auch Hamburg gefeatured, sozusagen, von unserem Auftritt da. Ah, okay, alles klar. Hab ich da das Intro sozusagen, wie ich es live anmoderiert hab und dann geht es richtig so in den Song rein. Das ist einfach nur so ein Fun-Ding. Ich hab kein Beef mit irgendwelchen Rappern, nur einfach so. Die Idee war so, langsam reicht es sich nervt. Ich hab auch mal was zu sagen. Jetzt haltet mal die Fresse da draußen und jetzt gibt es eine Schelle. Ne, vor allem war ja gerade irgendwie alles so, es ist ja gar nicht so dieser Battle-Spirit, also so, ne? Also klar, es gibt viele Online-Battle-Plattformen, aber eigentlich ist die Szene hier gerade so super piecig. Ich will da jetzt eigentlich nur Leute entertainen. Ich wollte jetzt keinen großen Ärger machen diesmal so. Ist man noch zu alt für irgendjemand, ne? Ja. Auf jeden Fall. Bist du das Phantom der Seifen-Opa? Hm? Bist du das Phantom der Seifen-Opa? Das Rap-Business? Ne, ne. Ne, gar nicht. Das Phantom der Seifen-Opa ist eigentlich eher so ein gesellschaftlicher Song so. Nicht mal der. Ich hab gedacht, ich finde irgendwas. Was einfach so Seifen-Opa-esk ist oft so Situationen, mit denen man konfrontiert wird im Alltag, weißt du? Wo in so einer Gesellschaft, wo alle irgendwie alles machen, nur weil es ihnen einmal vorgelebt wurde von irgendjemandem, weißt du? Also von irgendwie diesem ganzen Yolo-Gesage. Und weißt du, so Leute, die einfach irgendwelche Sachen machen, wo du so denkst, echt, das machen echt Leute? Ich dachte, das wäre nur irgendwie in irgendwelchen Serien so, weißt du? Ich hab grad so einen Artikel darüber gelesen in einer Zeit schon, was es alles für Internet-Trends gibt, was man jetzt alles machen muss und so. Und Jugendliche haben es nicht leicht heute. Ey, auf jeden Fall. Also das ist echt... Insofern vorseilhaft oder für dich auch immer vorbildig, dass du da offenbar ja viel Engagement auch reinlegst, auch auf der Ebene weiterhin aktiv zu sein, ne? Ja, wir haben einen neuen Verein, Deluxe Kids. Wir planen ein großes, sowas Musical-mäßiges mit Kooperationen mit anderen Leuten noch hier in Hamburg, so ein Ding für dieses Jahr und nächstes Jahr. Und ja, da sind auch viele Sachen, die passieren, Workshops an Schulen, Breakdance-Workshops, Graffiti-Workshops und einfach viel coole Sachen. Ich finde es gut, dass du da immer noch der Definition von Hip-Hop viel Rechnung trägst und ja offenbar auch dann immer noch deinen Beitrag dazu leisten möchtest, ist das diese Kultur und die Elemente in sich, auch wenn das für viele immer so altbacken und ein bisschen rückwärtsgewand wirkt, trotzdem nicht ganz so, dass du in die Augen verlieren willst. Ne, also ich glaube auch, dass die Zeit so ein bisschen... Das ist ja immer so phasenweise, manchmal wirkt so out, ne? Ja, genau. Dieses ganze Hip-Hop-Ding und manchmal kommt mir das aber auch so vor, als wenn gerade, weißt du, als vor zwei Jahren irgendwie alle auf einmal Banksy kannten und Street-Art toll fanden. Weißt du, es liegt eben immer daran, weißt du, dass so ein, zwei prominente Namen so wieder in Erinnerung rufen, dass Breakdance und Graffiti und so eigentlich das geilste ist und dann ist es auch mal wieder da. Also für mich ist es immer da und gerade für mich und die ganzen Leute, mit denen ich arbeite, auch als Coaches, ich meine, weißt du, Scotty ist unser Graffiti-Coach, Dallas einer der Breakdance-Coaches und das sind einfach auch alle Leute, die ihre Kunstform, genau wie ich meine, einfach so ernst nehmen und lieben und wertschätzen und für die das nicht nur deren täglich Brot ist, sondern in erster Linie deren ganze Seele, sodass sie es eben auch gerne weitervermitteln. Das ist auch ein großer Unterschied, weißt du, von der Generation, wo es so viel um Werte ging, weißt du, weil das ist mein größtes Ding, so ich will irgendwie, weißt du, erstmal Spaß haben daran, was ich mache, dann hoffe ich natürlich, dass es Leuten gefällt, aber in erster Linie, weißt du, rappe ich auch als Rapper, um andere Rapper eben zu motivieren, weißt du, zu sagen, was stimmt, rappen ist immer noch geil, weißt du. Und deshalb, ich glaube, man muss echt viel mehr auf die Kunst gucken einfach als auf die, weißt du, als auf die Resultate und wie viel Leuten gefällt das jetzt. Das habe ich als Essenz aus dem Gespräch auf jeden Fall mitgenommen. Wenn das Ganze jetzt veröffentlicht wird, das wissen wir gar nicht so genau gerade, ist deine Männlich-Die-Max-Serie wahrscheinlich schon recht weit fortgeschritten. Da bleibt mir die Frage, also ich denke mal davon aus, das geht wahrscheinlich vielen da draußen, wenn nicht, solltet ihr sie machen, diese imaginäre Liste der Dinge, die man in unserem Leben mal getan haben muss. Sind 100 Prozent abgearbeitet jetzt? Ne, also wir haben natürlich viel Kram einfach gemacht, der uns so eingefallen ist, erst mal so, wie cool Fallschirmspringen und American Football Training, dann haben wir einige Sachen auch gemacht, weil wir eben auf Tour gefilmt haben und dann uns so ein bisschen der Route entsprechen, okay, was gibt es in der Stadt so, also das waren jetzt nicht alle Sachen, auf die ich als erstes gekommen wäre und wir haben auch bestimmt viele Sachen ausgelassen, die klischee-mäßig extrem männlich sind und die auch total fun sind. Keine, keine. Aber es war eh schon mal super cool, einfach innerhalb von, weißt du, zwei, drei Wochen deines Lebens so viel Aktion zu machen, denn eben nicht nur alleine, sondern auch mit einfach vielen Freunden um dich rum und mit so einer Gruppe, hat uns natürlich auch als Freunde so mega zusammengeschweißt. Das ist einfach super coole Erlebnisse gewesen und wir haben es noch dokumentiert und können uns einfach das in 20 Jahren irgendwie angucken und uns totlachen und unseren Enkel zeigen. Das ist echt schon eine sehr coole Aktion. Ich hätte nie gedacht, dass ich sowas mache wirklich, weil Reality, TV, also ich finde, ich bin ja eh King im Absagen. Ich habe ja jeden Monat irgendeine Anfrage, die mir unglaublich viel Geld bringen würde im TV und ich mache ja nichts. Ich habe ja das Einzige, was ich gemacht habe, ist ja Artist Summer of Soul moderiert, weißt du, weil da musste ich nur irgendwie schwarze Filme und irgendwelche geilen Musikdokus anmoderieren und sonst mache ich ja nichts im Fernsehen, außer ein bisschen Promo, sobald mein Album kommt. Aber das Ding haben wir eben selber produziert und es ist wirklich einfach cool, dass auch die Erfahrungen natürlich zu sammeln, wie sowas geht und wie man so eine Story zusammenstrickt. Da habe ich jetzt echt viel gelernt. Ein bisschen Neid ist schon dabei, wenn man das sieht, weil ein paar Sachen davon sind auf meiner Liste, obwohl ich, was ich ja schon im Vorgespräch gesagt hatte, wahrscheinlich auch nicht gesprungen wären, so viel möchte ich da bei Sebastian. Okay, das ist eben dein Ding. Wir haben auch sehr unangenehme Sachen gemacht, auf jeden Fall bei minus sieben Grad irgendwie im Eiskanal Kanu gefahren und solche Sachen, das ist auf jeden Fall hart. Aber im Strip-Club wart ihr nicht. Im was? Im Strip-Club wart ihr nicht. Wollten wir eigentlich. Ey ganz, come on. Wollten wir echt eigentlich, aber... Preisverhandlung im Guides-Haus oder irgendwie sowas. Hat leider nicht geklappt irgendwie, weil... Filmrecht, das sagst du. Ja. Manche Sachen sind nicht so leicht zu machen, auf jeden Fall. Ja, aber ich freue mich drüber. Das war eine ganz interessante... Ich habe jetzt die erste Folge erst gesehen, aber eine ganz interessante Nummer. Ich bin gespannt, wie es sich entwickelt. Jetzt werdet ihr das alles schon gesehen haben. Normalerweise versuche ich zum Ende immer so eine kleine Wette abzuschließen, darum, wo sich denn das Album in den Charts platziert. Da brauchen wir bei dir, glaube ich, gar nicht groß, um Platz 1 zu wetten. Und ich weiß auch gar nicht, ob du sowas einstellen... Also eine Sorge war auf 43. Vielleicht schaffe ich 42 jetzt als semi-deluxe. Ja, wir haben... Mit dem letzten haben wir die 1. Und wir haben eine hervorragende Zeit. Und das Mixtape hat es bewiesen. Aber... Diese ganzen Rapper gehen ja nur auf 1. Ich will einmal das klarstellen. Ja, das sagen wir hier. Diese ganzen Rapper gehen alle auf 1, weil sie irgendwie so extrem krasse, teure Limited Editions haben. Und die Chartposition wird eben nicht einfach nur anhand von Verkäufen gemessen, sondern anhand von der Summe, die du am Ende in dieser Woche einspielst. Das heißt, wenn ich eine Platte verkaufe und die kostet aber 20.000 Euro, dann bin ich wahrscheinlich auch auf 1. Das heißt, ich werde wahrscheinlich auch nur eine CD pressen und die ist dann aber aus purem Smaragd. Das ist ein Move, den ich erwarte. Und die kostet eine Million Euro. Ganz ehrlich. Ich will, dass das mal gemacht wird. Und dann bin ich ein Jahr lang auf 1 damit und habe nur eine CD verkauft. Das kriege ich hin. Hat nicht in den Armen... Wer hat das in den Staaten? Hat doch irgend so ein Rapper seinen Mixtape für 1.000 Dollar oder so verkauft, glaube ich. Und dann hat Jay-Z 100 Stück davon gekauft. Und dadurch ist er dann auch in den Charts oben platziert gewesen. Also lässt du dich trotzdem noch eine Wette ein? Also... Du wettest nicht. Hey, wir sind beim Männlichen und erzählen mir nicht, du wettest nicht gerne. Ja... Irgendwas müssen wir machen. Okay, also ich glaube auch, dass ich eine 1 schaffen kann. Gehen wir in die zweite Woche. Und was soll ich da jetzt wetten? Ja, was sagst du? Ich sag in der zweiten Woche noch... Oder sag du, dann halte ich dagegen. Ich befasse mich wirklich nicht so mit diesen Sachen einfach. Das macht es ja umso schöner für mich. Das macht mich ein bisschen nervös jetzt. Okay, ich sag mal. Erste Woche 1, zweite Woche 4, dritte Woche auch noch Top 10. Okay, ich halte dagegen dritte Woche nicht mehr Top 10. Nee, okay. Wetteinsatz müssen wir uns... Okay, wenn ich gewinne, dann musst du Fallschirmspringen mit mir. Alles klar. Und wenn du gewinnst, dann höre ich auf zu rappen. Nee, was muss ich da machen? Sag mir mal was. Was machen wir dann? Sag mal kreativ hier. Ja, sag mal kreativ. Backbrand. Wenn ich gewinne, müssen wir in der Mönckebergstraße unaufgefordert einen kleinen 5-Minuten-Gig und Geld sammeln und das spenden wir für Deluxe Kids. Das ist cool. Bin ich dabei. Top die Wette gilt. Dankeschön. Kleines Abschiedsgeschenk von uns. Ein Backspin-Shirt für dich. Ich sage dir, viel Erfolg fürs Album. Und euch kauft es. Aber in der dritten Woche nicht mehr ganz so viel, sonst muss ich Falschirmspringen. Yes. Danke, tschüss. Ciao. Das ist geil. Falschr52szere chamsur. Max-Bin, Max-Bin! Max-Bin! Max-Bin!